Wo gehst du hin, Alter? Waren Nadine ihre Mädchen im Club. Bist du lauch oder was? Das ist sofort Friendzone, Mann. Ja, natürlich. Es gibt zwei Typen in der Friendzone. Es gibt solche wie dich introvertiert, kastriert und es gibt solche wie dich magnetisiert, extrovertiert. Ich bin nicht kastriert. Ja, Wadick ist nicht in Deutschland registriert. Wer ist am Ende gleich mit fünf Mädchen im Auto? Du oder ich? Ich? Alter, die fahren ins Club auf die Jagd, Mann. Die haben keinen Bock auf dich. Die benutzen dich nur. Natürlich, die benutzen mich, Alter. Das ist aber auch gar kein Problem. Weißt du warum? Warum? Weil Wadicks Fotoobjektiv hat keinen Zoom. Warum gehen Mädchen in den Club? Um Körbe zu verteilen. Und wenn die besoffen sind, wer holt sie am Ende ab im Anzug der Kirgistan Farbe Weiß? Ich. Und am Ende, wenn die besoffen sind, sind sie nicht den weißen grünen Lupo, sondern die sehen nur Slavik auf dem weißen Pferd. Ja, was ist das für CD hast du dabei, Alter? Weil Slavik spielt erst die Playa de Palma 2003 ab, damit die Partystimmen kommen. Am Ende, wenn die besoffen ist, was mache ich dann an? Die spanische Gitarre. Als ob das hielt. Mein Ding hat einen Freund, Digga. Natürlich hat Nadine keinen Freund, aber das ist gar kein Problem. Sagt dann ihrem Freund, Ah, Slavik, das ist ein guter Freund von mir, der macht doch nichts. Natürlich macht Slavik nichts. Das ist ja gar kein Problem, weil Slavik ist wie Trojanisches Pferd, das damals in Frankreich exportiert wurde. Wer am Ende sagt, Slavik kannst du hochkommen, nie die Haare halten, ist gar kein Problem. Slavik hält die Haare. Und am Ende halte ich die Beine. Ha! Kannst du schnell Auto anschieben. Wieso kannst du selber nicht fahren? Oder was? Wenn Zigaretten anzünden geht nicht. Oh Blatt, Alter. Da war ich schneller besser.